Da ein Verlust von Muskelmasse und eine Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit zu einer höheren Sterblichkeit, Erkrankungsrate und körperlichem Unvermögen führen, ist es wichtig zu wissen, wie man sich in jungen und alten Jahren vor Sarkopenie schützen kann, um eben möglichst viel Muskelmasse und körperliche Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Und wer jetzt denkt, das sei nur bloßes Fitnessstudio-Pumpergequatsche, dem muss man ganz klar widersprechen. So wurden beispielsweise in Amerika im Jahr 2000 alleine für Sarkopenie 18,5 Milliarden US-Dollar des Gesundheitssystems verwendet, weswegen das Minimieren dieses Muskelverlust sowohl zu mehr Gesundheit als auch zu größeren Steuersparnissen führen würde. Ein großes Problem im Alter ist die Sarkopenie, denn ältere Menschen mit wenig Muskelmasse haben ein 3-4 Mal höheres Risiko, körperliche Unfähigkeit und Gleichgewichtsprobleme zu melden und ein Hilfsgerät zum Gehen zu benötigen. Aber bevor wir über Trainings-, Lebensstil- und Ernährungsstrategien sprechen, lasst uns zunächst mal anschauen, was da genau überhaupt im Alter durch die Sarkopenie alles passiert. Ab ungefähr dem 40. Lebensjahr verlieren wir Typ 2 Muskelfasern, welche am leichtesten wachsen und ab dem 50. Lebensjahr verlieren wir ungefähr 0,5 bis 1% Muskelmasse pro Jahr. Dieses auf die verringerte anabole Sensitivität zurückzuführen. So sehen wir in einer Studie, dass der mTOR-Pfad nach Training und Proteinzufuhr bei Älteren weniger aktiv war als bei Jüngeren. Das bedeutet wiederum, dass die Vermehrung und Aktivität der Satellitenzellen und die Proteinsynthese gesenkt wird oder einfach gesagt, der Muskelaufbau schwerer wird. Wer sich jetzt fragt, was Satellitenzellen sind und wofür wir die brauchen, sollte sich das Video hier oben rechts einmal anschauen, indem ich den Muscle Memory Effekt und die Rolle der Satellitenzellen bei diesem erkläre. Diese Satellitenzellen drücken auch die myogenen Faktoren aus, die sich speziell in Typ 2 Fasern ansammeln und die Hypertrophie bzw. den Muskelaufbau der Skelettmuskulatur einleiten. Wer jetzt gut aufgepasst hat, hat bemerkt, dass wir weniger Typ 2 Muskelfasern haben und weniger und inaktivere Satellitenzellen, was dann logischerweise auch im Rückschluss bedeutet, dass wir natürlich auch weniger myogene Faktoren haben. Und genau aus diesem Grund konnte man in einer Studie auch einen geringeren Anstieg dieser myogenen Faktoren in Älteren als in Jüngeren durch Krafttraining feststellen. In der Praxis schwächt das dann den sogenannten Repeated Bouts Effekt, was bedeutet, dass sich unsere Erholung verlangsamt und wir eben unseren Muskeln nicht mehr so häufig und nicht mehr mit so viel Trainingsvolumen belasten können. Achten wir nicht darauf, kommen wir eben schneller ins Übertraining als noch in jungen Jahren. Und genau aus diesem Grund haben wir im Moversity Programm auch ab dieser Altersklasse, die wir gleich noch genauer definieren werden, eine Volumenreduktion eingebaut, die eben genau auf diese Veränderungen in der Muskelzelle eingehen soll bzw. diese berücksichtigen soll, damit das Training mit dem Programm auch noch im hohen Alter möglich ist. Zusätzlich senkt diese Reduktion der Typ 2 Muskelfasern auch noch unsere neuromuskuläre Effizienz, welche große Auswirkungen auf unsere Kraft im Training hat, welche scheinbar auch von der verringerten Ausschüttung von Wachstumshormonen und IGF-1 negativ beeinflusst wird. Bei Molten konnte man nämlich beispielsweise eine Vergrößerung der neuromuskulären Endplatte nach der Injektion von IGF-1 mit TTC-Protein feststellen, was darauf hindeutet, dass die kraftreduzierenden Effekte des Alterns durch ein erhöhtes IGF-1-Vorkommen abgeschwächt werden könnten. Dieser Verlust von Muskeln und Kraft ist unvermeidbar. Das Ziel ist allerdings, diesen Effekt abzuschwächen, was schon in jungen Jahren beginnt. Denn wer in jungen Jahren schon Kraft und Muskelmasse aufgebaut hat, hat logischerweise eine bessere Basis, um den altersbedingten Verlust auszugleichen. So sehen wir hier in dieser Grafik, dass durch bestimmte Änderungen des Umfelds der Verlust von Kraft und Muskelmasse in Individuen im Alter stark variieren kann und dass es einen Peak im jungen Erwachsenenalter gibt, den man bestenfalls möglichst hoch ansetzt. Das wird auch von einer Studie von Wroblewski unterstützt, dessen Ziel es speziell war, den Störfaktor des sitzenden bzw. inaktiven Lebensstils zu beseitigen, weswegen er nur alte Athleten untersuchte. Diese wurden zu jeweils 5 Männern und 5 Frauen in die Kategorien 40-49, 50-59, 60-69 und 70 plus eingeteilt. Heraus kam, dass die Gruppe der über 70-Jährigen einen höheren Körperfettanteil und mehr absolute Körperfettmasse als die restlichen Gruppen hatte. Und dennoch war die fettfreie Körpermasse nicht signifikant unterschiedlich zwischen den Altersgruppen. Die Kraft im Unterkörper wurde über das Spitzendrehmoment des Knies bei Kniestreckung mit maximaler Intention gemessen. Hier war die Gruppe 50-59 stärker als die älteren, aber der Kraftverlust nach dem 60. Lebensjahr war minimal. Eine Studie von McCroy fand ebenfalls keinen Kraftunterschied zwischen den Altersgruppen 65-69, 70-74, 75-80 und 80 plus und zeigt wieder, dass Athleten stärker waren als Menschen mit inaktivem Lebensstil. Andere erwähnte Studien an Schwimmern und Läufern fanden eine geringe Leistungsverringerung ungefähr vom 50. bis zum 75. Lebensjahr und einen stärkeren Abfall ab dem 70. bis zum 75. Lebensjahr. Besonders wichtig ist hier aber folgende Studie, in der 23 Teilnehmer mit dem Durchschnittsalter 69 ihre Kraft und ihre Körperkomposition, also das Verhältnis von Muskelmasse zu Fettmasse, sehr deutlich positiv durch das Krafttraining verändern. Das bedeutet hier, Alter ist keine Ausrede. Die Ergebnisse werden vielleicht langsamer kommen, länger dauern oder nur in abgeschwächter Form auftreten, aber sie werden auftreten und man wird sowohl Kraft als auch Muskelmasse dazugewinnen. Das Erhalten der Kraft und Muskelmasse durch die einfache Ausführung von regelmäßigem Training in den oberen Jahrzehnten des Lebens spricht stark für eine prophylaktische Wirkung gegen den funktionellen Abfall, den man häufig im Zusammenhang mit einem inaktiven Lebensstil während des Alterns sieht. Senioren sollten funktionell bis in die oberen Jahrzehnte ihres Lebens unabhängig bleiben, sofern sie die Risikofaktoren eines inaktiven Lebensstils und von Krankheiten durch körperliche Aktivität im Alter minimieren. Die Vorteile eines Krafttrainings zu nutzen ist laut den Autoren nicht nur gesundheitlich logisch, sondern wird zu einer sozialen Pflicht, wenn man sich die hohen Ausgaben im Gesundheitssystem anschaut. Jetzt denken wir mal wieder an unsere Lieblings-Pseudotherapeuten, Scharlatane, Gurus, die gerne mal von Krafttraining abraten. Ja, wir wissen jetzt also, dass Krafttraining wichtig ist, aber wie viel ist denn sinnvoll, wenn man die verlangsamte Regeneration im Alter berücksichtigen will? Wichtig ist hier zunächst zu wissen, dass es starke Einschränkungen in den Studien und Meta-Analysen gibt, auf denen die folgenden Empfehlungen basieren. Allerdings ist das, was wir wissen, dass Krafttraining durch das Alter und durch die Sarkopenie, die im Alter eben eintritt, schwerer wird, beziehungsweise es schwerer wird, Muskelmasse aufzubauen und Kraft aufzubauen. Außerdem sollte das Trainingsvolumen, also die Anzahl relativ intensiver Sätze pro Muskelgruppe oder Bewegungsmuster innerhalb einer Woche wahrscheinlich reduziert werden. Und dies erstmals ab dem 55. Lebensjahr, aber da Sarkopenie eben ein allmählicher Prozess ist und dies auch schon ab dem 40. bis 45. Lebensjahr einsetzen kann, kann es auch schon Sinn machen, es früher anzupassen. Hier ist wichtig, dass man selbst so ein bisschen rumprobiert und fortlaufend das Volumen eben anpasst und guckt, wie man sich fühlt, ob man müde ist und so weiter. Dazu haben wir im Moversity-Programm auch beispielsweise die fortlaufende Volumenanpassung, die dir durch einen Volumenanamnesebogen eben dabei hilft, die richtigen Entscheidungen für das Volumen zu treffen. Denn wenn du dich beispielsweise nach einem Trainingszyklus sehr müde fühlst, hilft dir der Anamnesebogen in dem Moversity-Programm eben dabei, das Volumen richtig nach unten zu korrigieren. Weil die Wissenschaft hier eben teilweise Lücken lässt, gilt es da selbst ein bisschen rumzuprobieren, welche Volumenreduktion ab welchem Alter eben sinnvoll für einen selbst ist. Wahrscheinlich macht es auch Sinn, im Alter mehr Wert auf eine höhere RIR beziehungsweise einen größeren Abstand zum Muskelversagen in den einzelnen Sätzen zu achten. Das heißt beispielsweise zwei bis vier Wiederholungen in jedem Satz drin lassen, bis zum Muskelversagen, weil man so eben die Ermüdungsakkumulation ein bisschen verringert. Das heißt, so wird weniger Ermüdung angebaut in den Sätzen und man kann so ein bisschen die Effekte der geringeren regenerativen Kapazitäten im Alter eben minimieren und so eben besser sein Ermüdungsmanagement betreiben. Diese Form der Autoregulation beispielsweise eben durch das RIR-System oder die RPE-Skala oder BORG-Skala oder bestimmte Geschwindigkeitsmessungen, wenn man es ganz professionell machen will, ist natürlich auch schon in jungen Jahren wichtig, wird aber wahrscheinlich im Alter wichtiger, wenn die regenerativen Kapazitäten sinken. Wahrscheinlich wird übrigens auch die Nutzung von 1RM-Prozentsätzen beziehungsweise Prozentsätzen des Einwiederholungsmaximums ungenauer durch den Verlust der Typ-2-Muskelfasern im Alter, denn dadurch werden schwerere Belastungen eben noch schwerer beziehungsweise anstrengender und leichtere Belastungen fallen einem eventuell ein bisschen leichter. Außerdem war eine Periodisierung, also das, was die Zyklusplanung im University-Programm macht, von Vorteil. Welche Form der Periodisierung man allerdings nimmt, ist scheinbar egal. Hauptsache man hat eben Spaß daran und ist adherent beziehungsweise führt sein Training lange durch und bleibt im Training. Mein Tipp an euch wäre jetzt, sich nicht zu sehr auf die Wissenschaft zu fokussieren, sondern einfach zweimal pro Woche trainieren zu gehen und so viel Volumen einzubauen, wie es euch eben möglich ist, beziehungsweise wovon ihr euch eben erholen könnt. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zum University-Programm, was ich hier mehrmals im Video erwähnt habe. Das hilft euch eben dabei, das Volumen oder euer benötigtes Trainingsvolumen auch im Alter richtig einzuschätzen und aber auch in jungen Jahren eben Muskelmasse und Kraft logisch strukturiert langfristig aufzubauen. Im nächsten Teil dieser Sarkopenie-Serie schauen wir uns noch an, wie man seine Ernährung am besten umstellt, um im Alter möglichst viel Muskelmasse zu behalten. Abonniert also den Kanal, rechts neben mir seht ihr noch ein Video über Satellitenzellen und den Muscle Memory Effekt, was ich ebenfalls in diesem Video erwähnt habe. Schaut euch das an und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Ciao.